Garrett, mach die Schichteinteilung fertig. Ich meine, ich könnte die Schichteinteilung machen oder aber meine Käsenudeln fertig essen. Bin gespannt, was ich tun werde. Sehr geehrte Cloud9-Kunden, wenn Sie lieber von jemandem bedient werden möchten, der kein verurteilter Gewalttäter ist, helfen Ihnen unsere Kollegen im roten Shirt gerne weiter. Äh, welche Kopfhörer können Sie mir empfehlen? Persönlich tendiere ich zu diesen hier. Jeder macht sowas, man flirtet. Hey Jennifer, was geht ab bei dir? Ich hab keinen Freund. Krass. Filmst du das etwa? Ja, verboten. Yo, alter Weißer! Die Schwarzen ergreifen die Macht! Das weckt sie eigentlich immer auf. Der neue US-Comedy-Hit Superstore ab 26. September